Kenneth Andreu Oland ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent. Leben Oland begann seine Schauspielkarriere 1983 mit einer Episodenfolge der Fernsehserie Matthewston. Im darauffolgenden Jahr hatte er seine erste wiederkehrende Rolle als Kirk Dooley in der Serie Trio mit vier Fäusten. Mitte der 1980er Jahre war er ein vielgebuchter Gaststar in Serien wie das A-Team, Love, Boot und Airwolf. 1988 hatte er eine wiederkehrende Rolle in der Seifenoper Schatten der Leidenschaft und spielte im selben Jahr eine der Hauptrollen in der Serie Flugzeugträger USS Georgetown, die jedoch nach neun Folgen eingestellt wurde. Zwischen 1990 und 1992 spielte er neben Patrick McNee eine Hauptrolle in der Serie Super Force. Spielfilmrollen hatte er in der Filmkomödie Summer School von Karl Reiner und in dem Horrorfilm Leprechaun der Killer Kobold. Ab Mitte der 1990er Jahre arbeitete Oland zunehmend als Filmproduzent. Er produzierte hauptsächlich Science-Fiction und Horrorfilme in denen er teilweise auch selbst als Schauspieler auftrat. Zu den von ihm produzierten Filmen zählen unter anderem Daybreak Katastrophe in L.A.R. mit Heuschi Ida und Ted McGinley sowie Deep Course. Die Erde brennt mit Terry Farrell und Bruce M. Zegel in den Hauptrollen. Oland ist mit der Schauspielerin Denise Kevin verheiratet und somit der Schwiegersohn von William Kevin und Connie Mason. Filmografie Als Schauspieler 1984 Ein Engel auf Erden 1984 Trio mit vier Fäusten 1985 Das Saat Team 1985 Love Booth 1985 V. Die außerirdischen Besucher kommen 1985 Ein Colt für alle Fälle 1986 Simon und Simon 1986 Airwolf 1987 Summer School 1988 Schatten der Leidenschaft 1988 Flugzeugträger USS Georgetown 1989 21 Jump Street Der Tortklassenzimmer 1990 Super Force 1990 Mord ist ihr Hobby 1993 Leprechaun Der Killer Kobold 1994 1994 Raumschiff Enterprise Das nächste Jahrhundert 1995 Renegade Gnadenlose Jagd 1995 Palm Beach Duo 1997 Velocity Trap 2002 General Hospital 2003 Jack im Auftrag der Irre 2005 Johnny Virus 2010 Criminal Minds 2011 Doktor Haus 2013 Dark Power 2014 Sieh der Dran Als Produzent 1996 Dark Drive Verschollen in der Matrix 1997 1997 Die Tödlichen Vier 1999 Alien Interceptors 2000 Daybreak Katastrophe in L.A.R. 2000 Die Kurs Die Erde brennt 2001 Lost Voyage Das Geisterschiff 2003 Maximum Velocity 5 6 6 7 8 8 11 11